Wie geht es um Frauen? Und etwas augenzwinkernd. Es kommen auch wieder andere Erkenntnisse dazu, aber als ich das Lied gemacht habe, fand ich die Idee eigentlich ziemlich nett und wollte einfach so ein augenzwinkerndes Lied über die ungewöhnlichen, aus Männersicht merkwürdigen Verhaltensweisen von Frauen auch von mir geben und unterm Strich bleibt einfach, wir müssen sie halt lieben, wenn wir auf Frauen stehen. Er hat einfach Nietzsche nett interpretiert. Ja, so ist das. Ich will dich nur lieben, keine Logik hilft mir weiter, die Erklärung ohne Sinn. Du bist einfach herzlich in mir drin. Herzlich in mir drin. Herzlich in mir drin. Herzlich in mir. Herzlich in mir. Herzlich in mir. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Die Erklärung ohne Sinn Du bist einfach herzlich in mir drin Du bist herzlich in mir drin Du bist herzlich in mir drin